Jetzt, wo Joker tot ist, haben wir keinen Hauptverdächtigen mehr. Stimmt, das Ganze ist so rätselhaft wie altägyptische Hieroglyphen. Blaubart, mir kommt da eine wahnsinnige Idee hin. Wahnsinnig. Ein Wort, mit dem man deinen Geisteszustand oft umschreiben könnte. Genetik. Die Vererbungslehre. Die Gesetzmäßigkeit der Vererbung wurde zuerst von dem Jesuitenpater Gregor Johann Mendel entdeckt. Wir werden rückgezüchtet. Wir werden was? Warum habe ich Volltrottel mich eigentlich nie gefragt, welches Weibchen die Mordopfer decken wollten? Ich hätte von vornherein auf meine Träume hören sollen. Mein erster Albtraum, der Mann ohne Gesicht, das war natürlich Preterius gewesen. Ohrenzeugin Felicitas, entscheidende Worte. Aber ich konnte nichts Genaues verstehen, nur sein Tonfall, der war so eindringlich, bedeutungsschwanger. Als wollte er seine Gesprächspartner von etwas überzeugen. Der Mörder ist kein amoklaufender Irrer. Er wollte die armen Saschas und Purples überreden, davon abzulassen, meine scharfe Terrassenlady oder eine ihrer Geschlechtsgenossinnen zu decken. Denn wie sagte sie von sich, wir sind nicht neu, sondern alt? Du meinst die Neuen im Revier, die Superbespuker? Genau die. Da! Schau hin! Was? Sie ist es? Nein, sie ist das Motiv. Wir werden zurückgezüchtet zu unserer Urform. Zu den wilden, stolzen Felide. Gregor Johann Mendel und seine Vererbungslehre. Hauptwerk, Versuche über Pflanzenhybriden. Versuche über Pflanzenhybriden! Und wer verehrt Gregor Johann Mendel und hängt sich sogar sein Bildnis ins Arbeitszimmer? Wer war bei Präterius im Labor als Assistent beschäftigt? Wer? Zibold! Wer zur Hölle ist Zibold? Frische Leber. Hm? Klingelt da ein Glöckchen? Frische Leber, frische Leber, lass mich nachdenken. Keine Zeit zum Nachdenken, loskommen! Bchevold! ぐげ Frische Leber! Schau. Wer. 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 Mietz Menge.